Bewegung fördert die Gesundheit und macht glücklich. Die Initiative 50-Tage-Bewegung zeigt, dass Bewegung und Sport Spaß machen. Gemeinden und Sportvereine sind zur Förderung der Gesundheit wichtige Partner. Hallo, ich bin die Bianca Gröller von der ASK Burgenland. Wir sind heute beim Jumping Fit Training in Großpetersdorf und unter dem Motto, gemeinsam fit, bewegt dich mit, würden wir uns freuen, wenn es auch einkommen wird. Unter dem Motto, gemeinsam fit, bewegt dich mit, präsentiert die Initiative 50-Tage-Bewegung die Vielfältigkeit von gesundheitsförderlicher Bewegung. 150 Minuten pro Woche sollten sich Erwachsene bewegen, Kinder 60 Minuten täglich. Das fördert nachweislich die Gesundheit. Durch den ASK habe ich dann die Möglichkeit bekommen, das selbst als Trainerin anzubieten. Es ist eine ganz gute Möglichkeit, sich auszubauen, um den Kopf freizukriegen und einfach die Sorgen einmal abzuwerfen. Nach der Stunde sind wir alle happy und gehen erholt oder mehr oder weniger abgeschwitzt nach Hause. 50-Tage-Bewegung ist eine Initiative des Fonds Gesundes Österreich. In Kooperation mit der Fitsport-Austria GmbH, den Breitensportverbänden ASKÖ, ASFÖ und Sportunion sowie dem Verband Alpine Vereine Österreichs.